Liebe Fans des FC Energie, liebe Mannschaft, liebes Team hinter dem Team, alle drücken glaube ich hier dem FC Energie die Daumen, dass man die schweren Zeiten übersteht, dass ihr noch enger zusammenrückt, dass jeder wirklich daran glaubt, dass es möglich ist. Das haben wir damals auch zu Bundesliga-Zeiten, es hat nicht immer geklappt, aber wir konnten Berge versetzen teilweise und wir, auch die ehemaligen, hoffen, dass jeder ganz schnell wieder rauskommt. Viel, viel Glück! Bis zum nächsten Mal.